Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir hier. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter mir. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Debutees umgelegt hat... Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horror-Story. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angreif. Ah, Alan. Shh, Baby. Es war nur ein Albtraum. Alice. Na, bitte, Alan. Heidman? Bin ich gehalten? Ich musste Ihnen ein Silentivum geben, nicht zweit. Sie hatten nur wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patientin meiner Krebing. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrieg. Nein, Sie... Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Kyle. Ich bring Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Gut, gut, gut. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartmann auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Nein. Ich konnte nicht denken. Mich nicht konzentrieren. Die Tür war abgeschlossen. Ich war gefangen. Und damit willkommen zurück. Bei Let's Play Alan Wake. Lol. Mach die Tür lieber nicht auf. Ich verhau dich gleich. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Ähm. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier lang, Alan. Ach, der Typ geht mir jetzt schon total auf den Sack. Anderson. Ist das sein Büro? Kann ich das anzünden? Wohnt der da? Wieder so ein Bär. Na toll. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen. Sind von Licht und Dunkelheit besessen. Und einem Gefühl, das um Sie herum alles durchdreht. Auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau, ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren. Aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Ähm, nein. Dem würde ich nicht unbedingt zustimmen. Meinte er nicht eben auch mal, Alice wäre ertrunken? Und dann meinte er irgendwie... lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher. Meinte er nicht, irgendwie einmal sie wäre ertrunken und dann wäre sie beim Autounfall ums Leben gekommen oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn sie einen Rückfall erleiden wird, ist es schwieriger für sie, aus den dunklen Tiefen ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die sie durchlitten haben, sollte sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil sie nicht zugeben wollen, dass sie nicht bei Verstand sind? Antwort A, bitte. Da versteckt sich doch jemand. Oh. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als sie hier eingetroffen sind, waren sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe dich an. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Beängstigend, beängstigend. Wir haben hier wohl alle so ein bisschen einen an der Klatsche. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet... Videospiel ist eine schwierige Tätigkeit gewesen und doch bedarf sie eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethoden empfänglich ist. Ach was. Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartmann wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartmann gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Na dann, viel Spaß noch. Kommen Sie, Ellen. Hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben. Als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem Gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie oder Ihre Kreativitätsphase stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre. Vor allem, wenn Sie sich in Ihrem eigenen kreativen Prozess befinden. Äh, ja, jetzt habe ich das zweite nicht gelesen, aber ihr könnt auf Pause drücken, wenn es euch interessiert. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, äh, nun ja fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie fast liebevoll. Irgendwie kommen mir die beiden ein bisschen bekannt vor. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen, sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist, es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse herauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht zum Revier, Kleiner. Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft? Du bist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Andersen-Form! Mal, hallo! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastards. Ähm, danke. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartmann ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anguckt, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersens waren vertrauenswürdiger. Das glaub ich halt leider auch. Ich brauch hier vielleicht später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse. Aber ruf mich, wenn Sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartmann doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Ah ja, danke für die Info. Ich will das lustig finden, aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen Sie... Puh! Wo sind wir hier gelandet? Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie... Es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch. Da, wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Das war weird. Ähm... Können wir das Ding... Mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Der Generator war ausgeschaltet. Und es gab keinen Schlüssel. Hartmann wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht. Aber ich dachte mir, ich sollte erstmal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Ha, lol. Ja, mit seiner Xbox. Natürlich Xbox, weil, ne? Das Spiel ist ja von den Microsoft Studios. Da muss natürlich eine Xbox im Zimmer rumliegen. Ganz klar. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kam das Spiel auch zuerst auf der Xbox raus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augenblick. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey, Wake! Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und keine Ärger, okay? Ich kann den Grund für den ganzen Tumult nicht. Aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Wo hat er den verdammten Hümer her? Ich bin ein Traumgespräch. Ich bin ein Traumgespräch. Ich bin ein Traumgespräch. Ich bin ein Traumgespräch. Hey, hey, hey. Haben wir etwa Angst vor den verrückten Brüdern? Jetzt sind wir nicht mehr so schwach. Was? Die Dinge geraten schnell aus dem Puch. Ich war... Sinclair sah übel aus. Das war kein blauer Fleck. Der alte Knacker hatte sie hart getroffen. Das ist mein Sturm. Ich habe den Schlüssel zum Bürotrakt bei Sinclair gefunden. Der Backstage-Bereich gehört hier, Tom. Er hatte alle meine meine Schicksal in die Hand. Dort bewahrte er sie auf. Okay. Irgendwie lustig, dass die den jetzt ausgerechnet eingesperrt haben. Laut Beschriftung auf den Bändern handelt es sich um Hartmans Mitspräch. Was können Sie mir über Allens Probleme berichten? Auf einem der Bänder stand Ellens Namen. Einen Moment lang stockte man Arten. Auf den Partys ist er ständig so von Zorn erfüllt. Er wird gewalttätig. Er... Ihnen gegenüber? Nein. Nicht mir gegenüber. Nein. Niemals. Ich. Manchmal wünschte ich was. Ellen würde mir eine scheuern. Denn es würde wenigstens zu einem Gespräch führen, die mir sich nicht einfach entziehen kann. Aber nein. Er, Ellen, schläft nicht besonders viel. Und die Arbeit? Naja, er schreibt nicht. Gar nicht. Er sitzt nur stundenlang da und wird immer frustrierter. Und ich kann nicht mit ihm reden. Nun, Mrs. Wake, was würden Sie ihm sagen, wenn er zuhören würde? Ich weiß nicht. Ich möchte sagen, ich sehe dich an und das bist nicht du. Nur irgendein Fremder, der dir ähnlich sieht. Er sieht mich durch deine Augen an. Und ich mag ihn nicht besonders. Und jetzt geht alles den Bach runter. Aber sagen Sie das, Danny. Nein. Nein. Ich habe es versucht, aber... Er hört mir nicht zu. Er ist zu sehr in seine eigenen Probleme versunken. Redet immer über etwas anderes. Ich habe solche Angst, dass ich ihn verlieren werde und dass wir nicht mehr miteinander sprechen werden. Er lässt mich nicht mehr an sich heran. Er lässt mich im Dunkeln stehen. Ich bin so allein hier. Selbst wenn er zu Hause ist. Ich brauche Hilfe, Doktor. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sie ihn einfach her schaffen, werde ich mein absolut Bestes geben. Ja. Aber Doktor, Sie müssen vorsichtig sein mit ihm. Er wird Ihnen nicht einfach so zuhören und mit Ihnen kooperieren. Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Das behalte ich im Hinterkopf. Als ich ihre Stimme hörte, das, was sie sagte, fühlte ich mich glücklich, angewidert und schuldig zugleich. Das Schlimmste war, dass ich die Worte wiedererkannte. Ihr Anruf. Er war nur ein Mitschnitt. Nur eine Aufnahme. Sieh mich hier raus! Ich betrachtete das Foto an der Wand genauer. Auf ihm war das Klinikpersonal vor der Lodge zu sehen. Ich kannte den Mann neben Hartmann. Er war der Entführer. Hartmann hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Hey lol. Jetzt nach mir suchen? Oh, so wollen Sie es also haben. Wollen Sie das Spiel durchspielen? Wirklich? Oh, Carrie? Äh, und auch Zeit. Barry, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Wir müssen zu Hartmanns Büro. Das ist gleich nebenan. Das hier sind alle Seiten, die ich bei mir hatte. Und mehr. Alan, bitte. Sie fallen wieder zurück in... Noch eine Lüge und ich schieße Ihnen in die Fresse. Ah, ja. Ein Versuch war es wert. Echt, Wake. Kommen Sie. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sie haben keine Ahnung, was... Hartmann, Klappe. Barry, jetzt raus mit dir. Ich hol dich ein. Besorg uns ein Auto. Oh, Al. Lass los! Wake, hören Sie mir zu. Das ist ein Fehler. Sehen Sie das nicht? Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Mit Ihren Fähigkeiten und meiner... Loll, wie er sich einfach so ein bisschen sogar gefreut hat. Das Dumpen würde mich in Kürze haben. Ich musste einen Ausweg finden. Oh, da sollte ich eventuell nicht reinlaufen. Mann, wieso kann er das Schloss nicht einfach aufmachen? Ich verstehe gerade den Sinn nicht, wenn ich ehrlich bin. Das Schloss öffnen. Ah, ich muss so einen Knopf drücken. Warum sagt man mir das denn nicht? Au. Ich brauchte Licht, um die besessenen Bücherregale wegzuschaffen. Oben gab es doch den Generator und wir haben einen Schlüssel. Das könnte funktionieren. Hoffentlich. Mann. 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 Na komm schon. Oh, die habe ich noch nicht gelesen. Die hören wir uns mal kurz an. Tja, es ist halt einfach sick, was der Typ hier so abzieht. Aber ich weiß auch nicht, wo der jetzt hin ist. Keine Ahnung. Au. Au. Hallo. Hallo. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja. Könntest du die Tür aufmachen? Danke. Ist nett. Sehr nett. Danke. Ich habe keine Taschenlampe. Danke. Oh Gott, seht ihr das Haus, Arnel? Pass auf! Na toll. Danke. Ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle einfach mal einen Cut. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt das letzte Mal gespeichert wurde. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir mal gucken, ob wir es durchs Haken-Labyrinth schaffen. Bis dahin. Wir sehen uns noch malmay Pieces Roboter. Wir sehen Sie noch nicht weiter. Ich hoffe sie nicht mehr James halten.